Gregor Schlierensauer, der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten, wird zum Teamplayer bei dem Fintech-Startup namens Fruits. Financial Roots, das österreichische Startup mit ihrer Investmentplattform, ist laut Gründer David Mayer-Heinisch auch in der aktuellen Teuerungsphase eine Plattform für jedermann. Auch mit kleinem Budget soll hier die Möglichkeit gefunden werden, über längerfristige Veranlagungen das alte Sparbuch abzulösen und Gewinne zu erzielen. Da es nun für Fruits soweit ist, an die breite Masse ausgespielt zu werden, trifft er sich gut, wenn man einen Testimonial sowie einen Investor in dieser Größenordnung findet und für das Unternehmen begeistern kann. Das ist mit Gregor Schlierensauer gelungen. Für Gründer David Mayer-Heinisch ist Schlierensauer der perfekte Match. Wir haben versucht, die interessanteste, coolste, integerste Person zu finden, die auch eine Strahlkraft hat, damit wir möglichst viele Leute erreichen können. Und wie wir uns kennengelernt haben, war es einfach auch ein persönlicher Match und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, um langfristig etwas Großes aufzubauen. Es ist eine langfristige Partnerschaft, klar, wenn jemand Investor und Testimonial wird. Was ist marketingtechnisch mit dem Gregor geplant und warum wird er alle überzeugen, dass die Leute bei euch quasi ihr Portfolio anlegen? Nein, ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es einen Anstoßpunkt gibt, der den Leuten immer wieder vor Augen gibt. Man sollte sich Gedanken über seine finanzielle Zukunft machen und dann kann jeder mündige Bürger sich auch selbst Gedanken machen, wo er es macht. Aber ich glaube, Visibility ist sehr wichtig und dieses wichtige, wichtige Thema der Zukunftsvorsorge, die Vollkasko-Gesellschaft ist vorbei, jeder muss für seine Zukunft vorsorgen. Jeder hat es irgendwo so im Hinterkopf. Der Kopf sagt, ich weiß und der Bauch sagt, was soll ich machen? Also es ist ganz, ganz oft wichtig, dass die Leute sich einfach Gedanken über ihre finanzielle Zukunft machen und dann irgendwann in die Gänge kommen und ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Aber nicht nur David Mayer-Heinisch ist zufrieden, auch Gregor Schlierenzauer freut sich auf die Zusammenarbeit. Natürlich kann man sich die Frage stellen, was hat Gregor Schlierenzauer mit Finanzen am Hut? Wieso nicht im Wintersport-Business? Ja, weil ich glaube, ich generell einfach auch ein Mensch bin, der sehr danach strebt, wieder neue Sachen zu erfahren und auch ein gewisses Wachstum für sich selber sozusagen zu schaffen. Und für mich war immer wichtig, eine Sache richtig zu machen und dann aber auch, wenn man das Gefühl hat, zu sagen, okay, danke, das war es dann auch wieder wirklich was Neues zu machen. Und das ist jetzt sozusagen ein schöner neuer Eintritt in eine neue Lebensphase als Unternehmer. Und da bin ich natürlich auch sehr gerne dabei bei Fruits. Das ist auch ein schönes Projekt, wo ich sozusagen, ja, wo das Ganze jetzt startet. Was hat dich an Fruits überzeugt? Was war der Punkt, dass du sagst, Fruits, das ist genau das, was auch zu mir passt, was zu meinem Business passt? Du bist ja selbst in der Immobilienbranche tätig. Warum ist Fruits der Perfect Match? Auf den Punkt gebracht, glaube ich, geht es in erster Linie einfach dann auch um die Menschen und um uns vertrauen. Also ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt in dieser Crew. Wenn man natürlich auch ein bisschen im Hintergrund schaut, wer da alle agiert, wer da alle dabei ist, dann sind ja das Ganze schon eher kapazunder auch in dieser Branche. Und wie gesagt, ich habe mir das Ganze erklären lassen. Und das klingt für mich schon alles sehr, sehr, ja, nicht nur seriös, sondern auch sehr professionell und vor allem authentisch. Weil es ist ähnlich wie im Spitzensport. Man wird ja auch nicht von heute auf morgen sozusagen erfolgreich, sondern das dauert ja eine gewisse Zeit. Und genauso ist es auch beim Vermögensaufbau. Und ich denke, es ist auch eine schöne Geschichte, wo man ein bisschen im Dienst sein kann für jedermann. Wenn wirklich Private Banking sozusagen auch für jedermann ist, ohne versteckten Kosten, ist das ein sehr schönes Tool, für das ich auch ganz gerne stehe. Du bist ja nicht nur Investor, sondern auch Testimonial für Fruits. Was kannst du, was denkst du, was kannst du marketingtechnisch im Marketingbereich noch mit einbringen? Welche Expertise kannst du da mitbringen? Naja, das wird sich schlussendlich noch herausstellen. Aber ich denke einmal, durch meine Erfahrung im Spitzensport ist sie doch auch sehr ähnlich wie in der Wirtschaft. Ich war, wenn man so sagen will, selber lang selbstständig und unternehme auch im Sport. Und wie gesagt, für mich war einfach wichtig, wenn ich ein Investment tätige, wenn ich mich für etwas entscheide, eine Partnerschaft eingehe, dann sollte es sich nicht nur gut anfühlen, sondern soll auch der Sinn dahinter stecken. Und das ist halt bei Fruits beides gegeben. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht. Dieses Startup kann sich ja mit deinem Startup, wenn man es so nennen möchte, in der Immobilienbranche perfekt verbinden. Man kann sehen, man kann auf sein Eigenheim sparen, man kann in die Richtung gehen. Wie sehr möchtest du auch deine Firma mit Fruits connecten? Die Impulse Living wird sich eben mit Fruits beteiligen. Das stimmt. Wo da ein gewisser Zusammenhang ist, kann ich jetzt ganz ehrlich noch gar nicht beantworten, sondern ich habe das wirklich aus dem Bauch heraus auch entschieden, dass es sich gut anfühlt. Ich fühle mich da sehr wohl. Und ich denke, es ist einfach auch ein schönes Produkt, ein Vermögensaufbauprodukt, wo man sich identifizieren kann. Und das war mir immer wichtig, weil es ist sozusagen, es gibt sehr viele Partner, die was einfach nur, um Klartext zu reden, Geld rausgeben. Und man pickt sich ein Pickerl drauf und es steckt eigentlich nicht so viel dahinter. Und bei Fruits habe ich halt schon das Gefühl, dass man wirklich auch in gewisser Weise ein bisschen was verändern kann mit der Menschheit. Und deswegen stehe ich ja da sehr gerne dahinter. In was investiert Gregor Schlierenz aber sonst noch? Auch seine Zeit, seine Energie, vor allem auch das Geld, was man erwirtschaftet hat? Grundsätzlich investiere ich in erfüllende, schöne Momente im Leben. Man weiß ja nie, was kommt. Aber natürlich sollte man auch über das Geld reden. Und es ist natürlich clever, ein Team im Hintergrund zu haben. So wie jetzt da bei Fruits, die einem auch ein Portfolio managen, um eben langfristig auch ein Vermögensaufbau zu haben. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, der hat es eh nicht nötig und so weiter. Aber ich glaube, um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man mit Menschen umgeben ist, die was eine Ahnung von dem Ganzen haben, die was Experten sind, die was einen auch in der Hinsicht unterstützen und das anbieten und wo man sich einfach auch vertraut und wohlfühlt. Und das war mir von Anfang an wichtig, weil es ist ja auch ein Thema, was dort doch auch sehr intim sein kann. Jeder spricht irgendwo über Geld und dann doch nicht. Und deswegen ist es höchste Zeit, sich da schon Partner zu suchen, die was auch unabhängig sein. Und ja, die was einfach die ganze Sache sehr clever angehen. Letzte Frage. Wie hast du bislang gespart? Oder ist es noch das alte Sparbuch gewesen? Oder bist du schon den Schritt weiter mit Fruits? Ich habe eigentlich immer investiert in meinem Leben und habe mich, wie gesagt, eben schon des Öfteren beraten lassen und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber wie gesagt, es fühlt sich für mich sehr stimmig und gut an. Gregor Schlierensauer reiht sich damit als Investor neben Andreas Dreichel, Georg Kapsch, Reinhold Baudisch und noch weiteren Partnern des österreichischen Startups ein. Und dann, wie gesagt, es ist ja auch ein Thema, 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 ein